Willkommen bei einem weiteren Video für unseren Channel BeepartGaming und das ist jetzt hier ein Ankündigungsvideo mit zwei sehr wichtigen Informationen. Zum einen möchte ich euch nämlich warnen, denn zur Zeit gibt es wieder einen Faker auf der Playstation. Er heißt dort eigentlich genauso oder so ähnlich wie ich bei meinem Let's Play Account, nämlich FIFA Testix LP. Nur er macht es so, dass er das I im FIFA durch ein kleines L ersetzt und das sieht zum Verwechseln ähnlich. Und was er momentan macht, er addet ja Leute, die sich zum Beispiel bei Facebook bei uns mit ihrer Playstation ID für Play Against Us oder ähnliches angemeldet haben. Und ja, addet sie und schreibt sie dann an. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was er von den Leuten möchte. Ich gehe einfach stark davon aus, dass er sie betrügen möchte, indem er sagt, ja ich wäre FIFA Testix und ich habe vor irgendwie eine tolle Sache zu machen. Dafür brauche ich Münzen und will von euch wahrscheinlich Münzen oder Spiele abzocken. Das heißt hier nochmal ganz klar die Warnung, das bin ich ich, wenn ich euch adden würde, dann wisst ihr vorher schon Bescheid. Dann haben wir schon mal vorher irgendwie geredet und dann gebe ich so Bescheid und ich schreibe auch so nicht irgendwelche Leute an und sage, dass sie mir irgendwelche Spiele oder Münzen geben sollen. Sondern wenn ich solche Aktionen planen würde, dann würde es offiziell durch ein Video angekündigt werden und er ist ein Faker. Also wenn ich nicht vorher mit euch geredet habe, dann ist es der Faker und ich muss mal schauen, wenn es Überhand gewinnt. Ich habe jetzt von zwei Leuten mitbekommen, dass ja der Faker sie geeditet hat. Wenn das Überhand nimmt, dass es zu viele werden, dann werde ich vielleicht irgendwelche Schritte einleiten müssen. Und ich glaube sowas ähnliches gab es schon mal bei den Hamburger Youngsters, wo es dann irgendwo ein Formular ausgefüllt werden musste, dass der dann gebannt wird. Und ja, das ist dann ein Schritt, der eingeleitet wird. Wenn es zu viele gibt, von daher könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr irgendwie schon angeschrieben wurdet oder ob er euch schon geeditet hat als Freunde. So, und das nächste ist dann auch, habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, ansonsten habe ich es auch schon in der heutigen Let's Play Ultimate Team Folge angekündigt. Am Sonntag findet wieder eine Play Against Us Session statt. Und diesmal mache ich es so, dass ich quasi hier dieses Team of the Season Premier League Team in den Mittelgrund, oder in den Mittelgrund, genau, in den Vordergrund stellen. Und zwar in dem Maße, dass ihr quasi die Gelegenheit habt, gegen dieses Team zu spielen. Und das heißt, wenn ihr mal gegen so ein Team spielen möchtet, oder auch gegen mich in Ultimate Team, dann könnt ihr diesen Sonntag am Play Against Us teilnehmen. Es beginnt um 15 Uhr und die Anmeldung und so weiter, wie das vonstatten geht, findet ihr dann auf Facebook erklärt. Dort könnt ihr euch dann auch anmelden. Und wenn ihr nicht das Glück habt, oder wenn ihr keine Playstation habt und nicht gegen mich spielen könnt, wird das Ganze auch auf Twitch TV im Livestream übertragen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, genauso auch nochmal zu dem Team, falls ihr es noch nicht gesehen habt, damit ihr wisst, über was ich gerade rede. Und das soll es schon gewesen sein. Also wie gesagt, der Faker, da müsst ihr aufpassen. Und zum anderen, wenn ihr gegen mich oder gegen dieses Team of the Season aus der Premier League spielen wollt, dann meldet euch am Sonntag um 15 Uhr für das Play Against Us an. Die Anmeldung findet schon vorher statt. Die Session Play Against Us beginnt um ca. 15 Uhr und der Livestream auch. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten haltet euren Kassen sauber. Euer Tess.